Come on, jetzt nicht nur die. Du musst gar nicht anfangen, Jessie. Ich weiss, dass ich die Presse nicht geschickt habe. Ja, aber ich hoffe dir, dass sie gut ist. Es geht mir fucking gut. Ja, aber ich habe sogar eine Pflanzenmuschel drin genommen. Ja, aber was? Wir müssen nicht so weitermachen. Ja, also komm, Jessie, ich muss wirklich gehen. Ich habe keinen Akku mehr und ich meint mich später noch. Also tschüss, mach's gut. Nein, scheiße! Nicht jetzt, Mann! Nein! Boah, Brian, das Game ist momentan echt nicht wichtig. Hey doch, für mich im Fall schon. Wieso haben wir jetzt echt schon wieder Stromausfall? Pssst! Pssst, Tim, Tim, jetzt hör auf! Aua! Pssst! Oh, Pssst! Oh, Pssst! Oh, Pssst! Oh, Grüezi! Ich frage kurz nach für Sie. Ja, einen Moment bitte. Beate. Hoi Beate, hoi, hoi Sali. Du, ich habe eine im Feld 1, die etwas sagt, wenn du ein Stromausfall. Weisst du noch etwas? Ein Ausfall? Aber du bist doch ein Strommensch. Ich bin Mechaniker. Aha. Ja gut, dann schaue ich mal weiter. Okay, tschau. Tschüss. Hä? Oh mein Gott, das geht, weil du... Du... Lena, du schaffst das. Das ist deine letzte Chance. Hä? Von wo kommt jetzt das? Was? Oh Scheiss, Barry! Brian, hilf mir! Ja! Grüezi Frau Schneider! Grüezi! Sie... hören Sie das Geräusch auch? Komisch. Aber zum Glück funktioniert auch die Technik sonst. Hey, hat es super funktioniert mit der Technik. Es war kein Problem. Super, das freut mich. Sie hören, aber jetzt kann leider Frau Hofer ganz kurzfristig nicht teilnehmen. Heute könnten wir den Termin auf morgen Morgen Antenne verschieben. Würde Ihnen das passen? Jetzt wäre ich voll bereit gewesen, aber... Dann fahr bis nächstes Mal.